Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt und ich zeige Ihnen heute die Vor- und Nachteile einer Eckbank von Willi Schillig, produziert für Musterring, und zwar das Modell 117-08 Willi Schillig in Samt Velour Hunter, die Maße 270-188. Wenn Sie es normal bestellen, können Sie es raussuchen, wie Sie wollen. Nun, sehr klassisch in der Form, aber das Wichtigste, die Bequemlichkeit. Sie haben hier eine Bequemlichkeit, wie auf einem Sofa, es ist ein kleines Sofa, es ist mehr wie eine Eckbank. Und trotzdem haben Sie hier die richtige Höhe auch zum Essen, aber natürlich ist das mehr eine Gemütlichkeitsbank. Klassisch kubisch, sehr designig, in einem Samt Velour hier sehr angenehm für einen großen Tisch. Das ist jetzt ein Tisch in Maß 190, also 190 2 Meter Tische passen wunderbar dazu. Wenn Sie Platz haben für eine große Bank, ist das was für Sie. Hochwertige Qualität, Nachteil, Samt Velour wird ein Sitzspiegel bekommen nach einer gewissen Zeit. Nachteil 2, hoher Preis bei Schillig und Musterring. Es wird, glaube ich, unter Musterring verkauft, ist aber von Willi Schillig produziert. Und Nachteil Nummer 3, Sie brauchen halt hier wirklich auch etwas Platz. Aber dann, dann ist das ein echtes Wohlfühl, eine echte Wohlfühloase für Sie. Advertising bei profischnapp.de gibt es diese Gaventur im Grün jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis. profischnapp.de, Ihr Online-Outlight für Marken, Sofas und Bänke. Und offline, live, hier in 7286 Empfingen, 50 Kilometer südlich von Stuttgart an der Bodenseeautobahn. Wann kommen Sie vorbei? Würde mich freuen. Dankeschön und Tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.